Ja, warum arbeite ich bei WESSA? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich habe mich ja vor einem Jahr beworben und ganz klar, weil ich Geld gebraucht habe, weil ich ja nach Amerika wollte. Viele von meinen Freunden, die haben sich bei anderen Jobs beworben, bei der Daima zum Beispiel, sechs Wochen am Stück am Band arbeiten und ich habe gedacht, nee, das ist nichts für mich. Ich fand es halt cool, dass man eben mit Menschen zu tun hat und eben an der frischen Luft draußen steht, immer Unterhaltung dabei hat und ich wurde dann auch ziemlich schnell genommen, habe dann das erste Mal drei Wochen gearbeitet und es hat mir super viel Spaß gemacht, eben im Team zu leben, immer zwischen vier und sechs Leute um ein, alle in meinem Alter und es war halt echt so cool.